Musik Hä? Meinst du? Wo es einfach bumm gemacht hat. Wo wir früher zusammengespielt haben. Offline. Offline? Lokal in einem Rechner oder wie? Nein, jetzt ohne Aufnahme und so. Das ist bei mir offline. Nimm alles genau. Matsch, Matsch, Matsch. Ja auch Matsch. Ich stand weg. So, guck mal den Grinsemann. Lol, was ist das denn für einer? Hä? Grink! Oh mein Gott, Giftschlamm. Kann ich mit dem Speer da durch? Ne, geht nicht. Am Arsch. Am Arsch. Ich werde hier voll liegen. Scheiß drauf. Schlamm. Ja, das ist auch nicht mehr alle. Die sind süchtig nach Schlamm. Oh ja. Der gibt Schlamm. Schleim. Lol, der ist ja voll schwach. Das ist eine Falle. Ich weiß. Ich hab die extra aktiviert. Leute, guck mal hier an der Decke, Simon. Was denn? Die Smaragda an der Decke. Ach, meine Hand. Haben wir die? Ja, für Laserschwerter, aber die sind eh scheiße. Ja, also. Ja, also. Also bauen wir nicht. Ja, pala. Hä, was ist das denn hier? Gläu, was ist das hier? Ich hab ne Steinhülle gefunden. Hier ist nur Stein. Hä? Warte mal. Lass mal sehen. Wo bist du? Ja, da endet das Gebiet. Herzlichen Glückwunsch. Ich fahre scheiße aus. In der Landschaft ist es egal, ob es gut aussieht oder scheiße. Ah, naja. So bewegen wir uns eigentlich nach oben. Alter, ist ja egal. Hauptsache es sind die Herzen. Paladin Ohr, Palandi Ohr. Und Schlamm. Huch! Ich hab zweimal nur einen 90 Paladin. Wir brauchen davon. Ähm. Keine Ahnung. Und wir haben ein Problem. Seit wir die World of Lash gemacht haben, haben wir keinen Guide mehr. Weil irgendein anderer NPC an seiner Stelle eingezogen ist. Das sag ich ja, neue Häuser bauen. Wie viel brauchen wir denn, äh? Gibt's auch neue NPCs? Ich glaub schon, oder? In der Teuerreihe 1.2 meinst du? Ja. Ja. Nee, nach dem Hard-Mode. Ja, wir können den Zauberer finden. Wundererdisch. Zauberer. Schlamm. Schlamm. Wo ist Schlamm? Schlamm. Hier. Wenn man vom Teufel spricht. Schlamm. 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 E-Mana Trank. Oh, cool. Eisrute. Krass. Wie kostet die denn? Was gar nicht schlecht ist, ist dieser Kristallkugel, die er da vergibt. Die Eisrute ist ganz geil. Die können sich dann in die Basis stellen und sich da jedes Mal einen Buff abholen. Hat er schon die Eiskugel? Cool. Jaja, wer kauft sie? Ich hab gekauft. Okay. Ich hatte 26 Gold, keine Ahnung warum. Alter, die Eisrute. Ein Platin. Ja, die macht temporär Blöcke in die Luft, mehr nicht. Blöcke, achso. Kein Schaden. Doch, Schaden auch. Oder? Okay. Klar. 27. Sehr schnell. Wenn's auf Distanz ist, ist doch voll gut. Alter, meine Steuerung ist anders. Boah, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Komma, ich rette dich. Komm nicht auf die Idee, jetzt zu sterben. Ja, das ist eine scheiß Idee, ne? Ja. Scheiß Schildkröte. Meine Fresse, ey. Was gibt's denn in der Truhe? Dominopfeil, Heiltränke. Petriorp. Mein Schlamm. Mein Schlamm. Mein Schlamm ist tot. Boah, ich tue mal erstmal... Ja. Du weißt, dass ich mir von dem scheiß Schlamm nix mache. Da hab ich mir trotzdem. Das ist nur Dreck. Die, wo du seufst, ne? Echt? Oh. Ah, der baut hier ohne mich Schlamm ab. Ja, geh weg. Das ist voll viel. Keine Sorgen, Simon, ich bau hier was für dich ab. Für mich? Geil. 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 Es gibt viel mehr. Es gibt viel VVP-Krieg. Oh, Leute. Die sind so ein bisschen schlammig. Oh. Ich sterbe, 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 sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich auch, ich hab fünf. Ah, ich hab dir zehn oder so. Ich hab fünf. Und wenn es nur ein Vieh kommt, ich kann mich nicht heilen. Ich... Alter, ich bin Schabon ab. Geh weg, ey. Der Schlamm bringt uns doch um, Kevin. Komm, regeneriere dich. Lalalala. Hey, ich hab doch ein Regenerationsmittel. Ja. Ich saue trotzdem. Leider. Ein Pinguin, der macht ja auch kein Damage, ne? Nee. Oh, guck mal, Schlamm. Hm, mir egal. Ich interessiere mich nicht mehr für Schlamm. Ja, ja, baust du aber trotzdem ab. Aber baut's trotzdem ab. Wenn du dich interessierst, kannst du weggehen. Dann baue ich ihn ab. Okay. Oh, Schlamm. Nein. Gib, Kevin, weißt du, gib mir mehr Schlamm. Genau. Kauf mir mehr Schmuck. Oh mein Gott, daran muss ich auch denken. Oh, Schlamm. Oh, Schlamm. Was ist denn das Rote? Rubin. Ist das Schlamm begehrter als irgendwas anderes. Ja, ist das neue Supererz. Erz vor allem, ja. Naja, im gewissen Sinne ist es schon Erz, nur... Ach, wir sind unproduktiv gerade irgendwie. 100 Schneebälle, ey. Yes, halt unproduktiv. Ich baue immerhin Palladium ab. Ich habe eine Facke aufgesammelt. 88 Palladiumrohr. Ich habe 2x99. Ich bin gerade am Aufräumen. Bei mir. So viel Scheiße. Ich bin rumgetragen. Rumtragen. Hey, hier ist Mr. Krabs. Mr. Krabs? Ja. So eine Statue von Krebs. So. Ich mache mal eine Verbindung hier. Das wird schneller. Keine Ahnung. Ach ja, ich habe ja die ganze Zeit schon Kriege-Einflame gehabt. Und wenn man drei verschiedene Embleme von der World of Flash hat, dann kann man sich ein neues Emblem zusammen streamen. Alter, die Schildhutten sind so heftig, ne? So, ich habe wieder ein bisschen Platz. Wartet auf mich. Ich bin nicht weiter. Wo seid ihr denn lang gelaufen? Hier unten. Wieder einfach zurück. Ihr habt auch keine Fackeln gesetzt. Doch. Ich komme. Ich habe es in der Aufnahme. Ich habe Fackeln gesetzt. Also, wo ich lag hier und wo auch Sachen abgebaut wurden, sind keine Fackeln. Ja, es tut mir leid. Ich habe keine Fackeln. Ich habe nur meine... Da haben wir den Übeltäter. Ich habe nur meine leuchtenden Bälle. So. Warum hier sogar zu viel Matsch? Dann spiel halt mit deinem Matsch. Was soll's? Mach halt einen Matschkuchen draus. Na, schau. Simon kommt auch schon dazu. In den Kindergarten. Komm, wir gehen zu Petri, Simon. Was? Geh mal zu Petri, helfen dir mal. Scheiß auf Matsch. Ich hoffe, 600 dürfen reichen. Langsam mal. Hast du 600? Ja, fast. 550. Okay, fast ist das. Ja, fr Origine. Die Musik. Die Musik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.